Hey Leute, willkommen zurück auf Sportbox. Ganz kurz die neuen Evos von Marco Reus sind da. Die neuen Evospeed, bekannt, stylish und in einem neuen Look. Evospeed, ganz klar, Speed-Fußballschuhe. Ich werde ein Review-Video machen und es euch demnächst zur Verfügung stellen. Ich kann euch aber schon mal eins sagen, die Dinger sind richtig, richtig leicht und sehen richtig gut aus. Nicht nur Reus trägt die Dinger, sondern auch unser Freund Kevin Großkreutz. Und deswegen lasst mich schon mal wissen, wie findet ihr den Look der neuen Fußballschuhe? Mehr zum Gewicht und den Features demnächst auf Sportbox. Bleibt sportlich, bleibt auf Sportbox.